So, heute zeige ich euch wie ihr mit dem Stock ein paar Tricks macht. Wir kommen zu den ganz einfachen Basics. Erstmal nur der hier. So, beide Hände sind ungefähr in der Mitte positioniert. Eine Hand wird umgegriffen. Dann geht das alles einmal hier über den Handrücken. Dann wird er weitergedrückt. Die andere Hand greift um. Da hat man ihn ja schon mal so weit. So, und schnell sieht es dann so aus. Zack. Das ist der erste Schritt. Über den Handrücken. Greifen. Zweiter Schritt wäre hier. Über den Handrücken. Greifen. Halbomdrehung. Sodass der Daumen hier oben ist. Die Hand hier macht gar nichts. Die macht einfach nur zack und bleibt schon weg. Dann übergreifen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Die Hand wird umgedreht und hier den Daumen dann übergeben. So, hier einmal rum. Zack. Umgedreht. Beide Däume nach oben. Übergeben. Halbomdrehung. Wenn ihr genug gelernt habt und den Trick könnt, dann könnt ihr den kombinieren und den dann hinter dem Rücken führen. Und dann wieder nach vorne. Und so könnt ihr die Leute ganz leicht Bein drucken mit diesen einfachen Tricks. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir macht es eine Menge Spaß. Als Kombination kann man den Stock hoch.